So wie ich immer sage, kann ich noch mal langsam fahren, dann gehe ich schnell heilig. Dieses Mal werde ich garantiert langsam fahren. Also dann, sieh sie aus. Das ist übrigens krass. Äh, das will ich nicht. Du musst sie so lange dran lassen, bis deine Räder wieder ganz gesund sind. Und ich hab keine Angst. Ich habe meine Lektion gelernt. Oh, ich könnte, wenn du unsere Liefer offen machst, dass meine ganzen Beine sehr, sehr langsam gehen. So, und mit Lust in Geräusch. Oh, so weit auch nicht. Und ich bin noch besser. Ui, jetzt kommt wieder ein schneller dran. Oh, ich bin noch viel. Und das ist, wir sind wieder gemeinsam. Oh, jeder kann es, wenn er will. Jens lacht es nicht auf an ihm. Asch das nicht, dass jemand aufging. Denn jeder kann das, wenn er bin. Ihr kennt doch alle, oder? Schaut es euch jetzt nochmal ganz genau an. Und wartet dann ein tolles Bild davor. Macht ein Foto von den Bildern. Und schickt es zusammen mit euren Eltern an. Ihr mitspielt jetzt mit mir. Und dann. Teilnahmschluss ist der 1. bis zum Beispiel. Mitmachen lohnt sich. Unter allen Teilen. Und verlösen wir wie die Reihung statt in den Einen. Na dann. Macht mit. Und ganz viel Glück. Dann freut euch auf die ganz neue und extra lange Geschichte mit unserer Benni. Ein kleiner Star sein.